Sie werden sich ja nach dieser Niederlage, die ja heavy war, das war schon eine brutale Niederlage, wenn man so aus heiterem Himmel das Kanzleramt verliert, da werden Sie sich ja wahrscheinlich gedacht haben, ob Sie aufhören. Naja, der Punkt ist, Sie müssen das ein bisschen unterscheiden. Für Berufspolitiker, die das als einzige Lebensperspektive sehen würden, die vielleicht 20, 30 Jahre in dem System war, möglicherweise wären die ins Bodenlose gefallen. Aber für mich ist ja sozusagen, ich bin ja nicht fasziniert am Sessel oder an den schönen Räumlichkeiten im Bundeskanzleramt, sondern ich übernehme eine Aufgabe und exekutiere die mit Konsequenz. Und ich muss sagen, jede Idee, etwas anderes zu machen, als den SPÖ-Vorsitz zu führen, ist bereits am Wahlabend zerstreut worden, weil erstens haben wir zugelegt, das ist so, und zweitens gab es damals eine Reihe von Telefonaten, Anrufen und Leuten, die mich gebeten haben, das weiterzumachen. Und das erlebe ich bis zum gestrigen Tag, wo am Rathausplatz im Wiener Prater dann Leute kommen, sich für die Arbeit bedanken. Und das ist ein schönes Erlebnis und da fühle ich mich auch verpflichtet. Also Sie haben schon am Wahlabend entschieden, ich mache weiter. Also ich sage so, meine Freunde haben das quasi für mich entschieden, die haben mich sehr aufgemuntert, haben mich sehr motiviert und haben gesagt, wir brauchen dich jetzt da und das ist mir wichtig. Wir wechseln zurück in die Wirtschaft, das stand nie zur Diskussion. Sie haben ja Angebote gehabt von RHI mit wahrscheinlich der fünffachen Gas von jetzt, auch aus Deutschland habe ich gehört, das stand nie zur Diskussion. Nein, das war vor diesem Wahlereignis, ich muss sagen, es ist jetzt für mich klar, ich habe eine wunderbare Aufgabe, das ist der SPÖ-Vorsitz. Da werden immer wieder Gerüchte erzählt, wo ich in die Wirtschaft hin wechsle. Also ich kann Ihnen sagen, das ist alles komplett der Mumpitz, frei erfunden. Ich habe auch kein Interesse daran, sondern mein Ziel ist es, die SPÖ jetzt wieder in eine richtige Richtung zu bringen. Das ist demokratiepolitisch notwendig, ganz klar und das werden wir tun. Unter anderem haben Sie zu kurz und strachig gesagt, das ist wie zwei Besoffene, die sich gegenseitig abstützen müssen, damit sie nicht abstürzen. Was haben Sie denn da gemeint? Weil die sind natürlich empört und sagen, na hallo, wo sind wir jetzt geraten, wenn also solche Worte hier von einem bisher sehr wohl formulierenden Ex-Kanzler sozusagen in den Ring geworfen werden. Ich glaube, man muss immer vorsichtig sein, wenn in der Politik Haltungsnoten vergeben werden, auch wenn das Journalisten sind und schon überhaupt, wenn das sozusagen andere politische Parteien sind. Und wenn Sie sich anschauen, wie da jeden einzelnen Tag die FPÖ, die Gudenusse, die Wilimskis, die Straches über mich persönlich herziehen. Also ganz ehrlich, dann ist das ein Vokabular aus dem Mädchenpensionat, das ich da verwendet habe. Aber was heißt zwei Besoffene? Nein, aus meiner Sicht war damit gemeint, dass die beiden, wenn man so will, keinen Plan haben, Österreich zu regieren. Und was jetzt kommt, eine Reihe von Dingen vorgeschlagen werden, die undurchdacht sind und wirklich echte soziale Härten darstellen. Und auf das haben wir hingewiesen, dass da Politik gemacht wird, die immer nur ganz wenig nützt. Sie sehen das bei der Unfallversicherung, aber Sie sehen das auch bei anderen Beispielen. Zum Beispiel, diese Regierung sagt, okay, wir wollen eigentlich den Steuerbetrug der Großkonzerne bekämpfen. Was tun Sie in Brüssel? Klammheimlich. Sie machen riesige Schlupflöcher für große Konzerne auf, indem Sie zum Beispiel Länder wie Panama von der Liste der Steueroasen streichen. Und damit leisten Sie Beihilfe zum Steuerbetrug an allen Österreicher und Österreicherinnen.